viel zu viel verkehr hier viel zu viel verkehr jungen habt ihr so noch eine hey leute was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren folge lspdfr ja ihr seht schon ich bin heute wieder als swat team unterwegs sag ich mal da ich dass der letzte folge gut gefallen hat dachte ich mir okay komm mach ich mal ein bisschen was mehr kann ja nie wissen und ja ich würde sagen wir schießen einfach mal los alter was macht der von mir ja wie gesagt ich nehme diesmal nicht jeden scheiß an was macht der da der hat sich irgendwie vertan da wollte ich wohl glaube ich da nicht aus guck mal hier original street race halt stop ja fangen wir vor rein kein problem hey so leute mal platz hier alter ja jung ich muss da mal hoch leute danke 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 da geht's die sind jetzt wahrscheinlich wieder unten runter oder sie müssen ja auf der autobahn sein alter da sie hauen ab davon fahren sie glaube ich habe schon ein glück ist mein wagen gelände fähig alles safe jungs was wir durch alle die hauen übel ab gut alles klar danke scheiße man sind nicht schnell alter junge der ist voll hinten rein gebrettet alter da vor uns ist er und hinter uns ist auch noch einer aber ich kümmere mich erstmal um den vor uns ich glaube der weg runter ne so du bist gemeint komm jung alter schieb mich da nicht zur seite ha 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 du du komm steig schön aus ja komm 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 bleib schön stehen ja lege dich mal ordentlich hin danke hey leg dich wieder hin wird's bald ich knall dich ab danke so muss das keine widerwerte so der andere ist leider abgehauen so obwohl das eigentlich nicht unser job hier ist das ist mir jetzt scheißegal den wagen hier lass mal abschleppen oha was hat denn der gemacht der hat ja vor mir einen weenie gezogen was macht der da ja nimm den mal fest hier hi so und du bist auf der falschen seite jung so leider kann ich nicht in die ego perspektive ist er jetzt total behindert ich muss ja noch einen zweiten rufen so da hinten jetzt steht er natürlich da hinten im stau alter ist mir jetzt egal aber ich will weiter auf der autobahn bleiben alter oh gott das war knapp auf dem motorrad zu fahren wäre bestimmt auch ganz nice aber ich wollte ja auch mal eine folge machen im helikopter ne aber da warte ich immer noch auf ein paar missionen weil das ja doch dann relativ dumm ist wenn ich dann im helikopter sitze und irgendwie ja gut bei einer verfolgungsjagd das hast sicherlich ganz angepasst aber trotzdem muss ich mal gucken und ich merke schon ich labere wieder viel zu viel also halt ich mal die fresse bis wir da sind so ich bin da nach ein paar toten mal gucken was der gute von mir will ich ziehe schon mal meine waffe haudi diese person hier war all over the road ich bin da nahm ich bin da und ich stehe ihn auf ok ja ja ich bleib hinten stehen ich decke dich um mit dem elektroshocker ganz professionell guck man hat schon so'n getunten wagen glaube ich aber da ist er lackiert wie sieht irgendwie so aus ich könnte meinem kollegen jetzt in den richtigen Was macht das denn jetzt? Holy fuck und läuft wieder weg. Was ist denn jetzt mit dem los? Okay, er ist wohl besoffen. Toll. Jetzt soll ich dem ehrlich so ein verkacktes Ding da in den Mund stopfen. Aber ich kann dir auch gar nichts ansprechen, ne? Tja. Weißt du was, wenn der schon nach Alkohol riecht, dann nehm ich den einfach mal fest. Ist mir jetzt egal. Das hätte der auch locker alleine machen können. So, vor... Giamito... Weiß ich mir jetzt. Der Wagen sieht schon nicht geil aus, muss ich schon sagen. Ist ja der BMW. Hat schon was. Richtig nice. Und worauf wartest du? Auf den Weihnachtsmann oder was? So, hier passiert schon alles. Hier wird alles... Abgesch... Und der Wagen ist angehangen. Der wird mitgenommen. Perfekt. Was kommt der da? Rand. Ich habe jetzt meine Motten natürlich abgestürzt. Warum hat er die Kopfhörer auf und telefoniert dabei? Also ganz ehrlich, ich bekomme das nicht hin. Ich würde mal gerne wissen, wie der das hinbekommt. Aha. Stolen Police Vehicle. Das ist ein Job für mich. Der Typ ist bestimmt bewaffnet. Sonst hätte er ihn gar nicht gestohlen bekommen. Da ist er da schon direkt. Es sind sogar schon zwei. Ja. Bleib mal schnell stehen. Was? Fuck you. Verarschen. Verarschen. Verstärkung. Wo ist der Helikopter? Nein, nicht das Spotteam. Scheiße. Okay. Jetzt ist halt ich die Kacke am Dampfen. Hey, scheiß drauf. Ich mache das jetzt. Da fand ich mal einen Kollegen. Ich habe das Spotteam. Pass auf, ich ramme den jetzt richtig hart weg. Bam. Oh. Joga. Bleibst du wohl stehen? Oha. Da habe ich ihn mal erwischt. Oha. Einsteigern. Alles safe. Oh, habe ich die erwischt? Ah ne, die versteckt sich noch. Oh, okay. Rente weg. Was denn? Wer ist das? Rente. Fuck. Pass auf jetzt. Eingekonter Schuss in den... Fuß. Okay, ne. In den Rücken. Alter. Was ist das? Verarschen. Du schießt nicht meinen Wagen an. Also du fährst nicht meinen Wagen an. Jetzt habe ich eine verkackte Beule. Und ich kümmere mich mal hier um den Tod. Also ich weiß auch nicht, wer den erschossen hat. Bestimmt bekloppt er. So. Oh. Das war natürlich nie meine Absicht, den abzuknallen. Aber er hat es darauf angelegt. Er hätte auch einfach stehen bleiben können und aussteigen. Was macht der da? Ist das blöd zu scheißen? Okay. Und hiermit ist mein Job getan. Und hier könnt ihr aufräumen. Person of Arm is Suspect. Das ist doch mal... Ja. Jetzt geht es nochmal rund. Äh, ne. Jetzt geht es erst richtig rum. Ich könnte mir theoretisch den Weg abschneiden, ne? Alter. Das hat perfekt gepasst. Aber da... Glaub ich demnest. Scheiße. Jetzt fährt er parallel zu mir. Warte mal. Krieg ich denn in ihre Fährten? Weg da! Wer schießt denn da so? Wo ist denn der? Ach, da ist ein Auto. Alter. Ich hab ja auch keinen Karabiner. Alter. Der hat mir einen Platten geschossen, der Penner. Nicht mit mir, Junge. Der Penner. Das heißt Krieg. Das heißt sowas an Krieg. Boah. Der wird da nicht mehr Leben wegkommen. Der wird da nicht mehr Leben rauskommen. Ja. Scheiße. Alter. Jungs. Lockert mich nicht den Weg. Boah. Die killen hier noch die Passanten. Pass auf, ich schieße hier jetzt Platten. Alter. Ja, Leute. Lass mich doch nur. Wo sind meine Kollegen hier? Die hängen da hinten alle. Oha. Der hat sich festgefahren. Fesser einer ist an ihm dran. Den krieg ich jetzt. Au. Scheiß Blümkübel, Blümkübel. Alter. Nicht schon wieder. Ja. Ja. Ich höre die Abkürzung. Die Treppe. Boah. Mit einem kaputten Reifen kann man ja nichts irgendwie anfangen. Ich brauche ein Ersatzfahrzeug. Kommt, Leute. Jetzt fahrt ihr nicht wie alle im Kreis hinterher. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Der trickst uns aus. Komm, ich bin schneller mit einem kaputten Reifen oder mit einem kaputten Auto, als ihr mit einem kompletten Team. Au. 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 Ich kriege ja gar nicht eine Handelbefresse. Oh, mit einem Elektroschocker wird das ja nichts. Ich verkackte die Hydranten. Was sind die? Die gegen alle Wände. Ja, willst du nochmal reinfahren? Ich glaube, das sind so die KI. Die hat irgendwie so einen Drang zur Randale. Einfach mal einen Reifen kaputtschießen. Alter, so ein gepanzerter Wagen fällt mir gerade das. Oh. Einen habe ich gekillt. Nice. Aber. Ich bin voll professionell in der Verfolgungsjärte. Boah, voll bremse. Ah, ne, der fällt da vorne. Alles safe. Komm, ich überhole ihn. Ich fahr den jetzt voll in die Seite. Ich bin mir sicher doch. Das kann ich angehen. Alter. Viel zu viel Verkehr hier. Viel zu viel Verkehr. Jung. Habt ihr so meine. Leute, folgt mir. Ich brauche nur einen. Noch mehr Einheiten. Vielleicht mal mit einem lokalen Spotting versuchen. Mal sehen, ob die was können. Jetzt. Bum. Vor hinten reinfahren. Jetzt. Komm, komm, komm. Wir haben die. Hat der halt voll auf mich drauf. Ich baue aus. Ich baue aus. Ich baue aus. Ich baue aus. Aua. Ich komme nicht mehr weg, ne? Die haben mich zugepackt. Alter, ich steige aus. Nice. Jetzt halt voll drauf. Jungen hat eine Knarre. Das ist ein Trottel. Trottel. Komm, 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 komm. Ich brauche schon hin, ja? Oha. Oha. Ja, fahr voll drüber. Oha. Was ist jetzt los? Okay. Da hat sich wohl gerade mein Spiel verabschiedet. Aber ich würde es trotzdem sagen, das reicht für heute. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr neu seid, ein Abo vielleicht. Das wird mir auch weiterhelfen. Und ich würde sagen, bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.